Ahoi, Nate57 meldet sich live aus den Studios, denn es gibt's Neuigkeiten. Der Titel wird demnächst bekannt gegeben von dem neuen Album über Instagram. Folgt mir auf Instagram, Nate57RL, Hashtag, Meshtag und so, ihr wisst genau Bescheid. Ja, und wir sind hier gerade mitten in der Mischphase. Wir machen auch alles selbst, also vom Beat bis Stimme, geben uns Mühe, das Album wird geil. Ich werde auch nach und nach die Features so bekannt gegeben über meine Facebook-Seite. Ja, und für die Leute, die nicht warten können, also die, die den Titel wissen wollen, hört euch den Track nie stiller an. Der Titel kommt drinnen vor. Das heißt, es gibt ein Gewinnspiel. Schreibt mir in die Kommentare, wie wird der Titel sein von meinem neuen Album und derjenige, der gewinnt, also wir verlosen dann. Derjenige, der gewinnt, kriegt dann ein Fan-Paket mit CDs und T-Shirts geschickt. Ja, Mann. Nate57RL 2015. Ah ja, und danke schön für die positive Resonanz für den Free Track. Freut mich auf jeden Fall.